Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Tjo, wir sind auf dem Weg zu diesen komischen Alps. Ich hoffe, ihr könnt die besiegen. Ich seh da zwar ein bisschen schwarz, aber wird schon werden. So, gut. Oh, da unten haben wir jemanden. Na, ein Räuser. Zack, weg ist er. Der hat ausgebissen. So. Sehr gut. Ich hoffe, dass wir die besiegen können. Das wäre zumindest sehr schön. Unsere Plasma-Granate ist ja leider Gottes nicht mehr funktionstüchtig. Die haben wir ja leer geschossen. Da brauchen wir erst wieder Munition. Aber das wird hoffentlich kein Weinbruch sein. Wie werden wir es sehen? So. Ui, ja. So. Tapp, 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 tapp. Tapp. So. Tapp vorbei am Jäger. So, und dann sind wir eh schon da. Schön wäre es, wenn man diese Idioten einzeln pullen könnte. Das wäre geradezu famos. So. Warte. Ich weiß gerade nicht, welche Richtung besser ist. Zum Angreifen. Da oder drüben oder. Wir werden mal gleich sehen. So. La, 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 la. Das sind wir schon. Okay. Da haben wir ein Viech. Warte, sperren. So. Ja, bitteschön. Ja, ich habe schon mal gesperrt gehabt. Ich hatte wieder ein kleines Aufnei-Problemchen. Hm, hm, wir hatten das ja eigentlich schon mal. Komm her, Fiech. Überlebniswahrscheinlichkeit im Bücherschnitt. Ja, ja. Aber wo noch her. So, immer feste drauf. So, geht schon. Schalt es an. Boah. Was ist das hin? Gut. Lass mal Geld. So, noch mal speichern. Das lief gut. So, jetzt müssen wir diese Deppen da irgendwie schaffen zu pullen. Ohne, dass die anderen großartig was mitkriegen. Versuche nämlich auch gerade den besten Platz zum Kämpfen zu suchen, zu finden. Ich bin da leicht überfragt. Boah. Darüben hätten wir auch noch ein Viechlein zum Klatschen. Machen wir den auch noch schnell platt. Wow. Ja, ja, ist schon gut. Passt, der ist erledigt. Gelootet. Sehr gut. Natürlich sind wir angeschlagen. Das heißt, ich esse noch schnell was. Und dann muss ich grübeln. So, 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 so. Wer? Hm. Haben wir irgendwas? Apfel. Hält dir den Arzt vom Leib? Nein, ist schlecht. Höchleistungssuppe. Hm. Hm. Giftresistenz. Ähm. Okay. Was hätten wir denn für Steams? Kampf plus 5. Resistenzfeuer, Überleben, Strahlung. Das ist echt doof. Ich hab keine Ahnung. Hm. Belassen wir es halt so dabei. Ich versuche zu speichern. Ich versuche nicht nur, ich mag es auch. Ähm. Tja. Hehe. Das wird, glaube ich, ein sehr hartes Stück Arbeit. Vor allem, weil sie da zu viert sind. Zu fünft, zu sechst. Hm. Warum sind die so viele? Das ist echt nicht nett. Vor allem jetzt so schön alle auf den Haufen, ne? Vielleicht kann ich dir mit der Handgranate was ausrichten. Ich bezweifle es, aber... Mal schauen. Ich müsste mal was trinken. Ja. 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 Wirklich gar nicht zu wenig. Ja, war klar. Was? Den ersten hält man. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wow. Schnell was trinken. Vielleicht hält man eine Chance. Der wäre weg. Komm. Energie. Der wäre auch erledigt. Okay. Das ist ja schon mal was. Wow. Drei haben wir schon mal. Das ist gut. Okay. Das ist gleich mal speicherungswürdig. Ähm. So. Okay. Jetzt noch der andere Haufen. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich esse noch ganz schnell was. Vielleicht kriegen wir sie wirklich. Vielleicht kriege ich sie hingefirkelt. Mich würde sehr freuen. Ähm. Also. Schnapssattel. Brause. Super. So. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Aha. Das wird schon. Ähm. So. Eine Handgranate hätten wir noch. Die wird aber zu wenig sein. Ähm. Prüfen wir das. Boah. Ey. Okay. Die sind alle ziemlich gut beieinander. Ich würde es speichern noch vorher. So. Ähm. Ja. Sicherheitshalber. Da kann man jetzt gar nicht genug speichern. Boah. Was war denn das für ein Schuss? Der war echt mies. so. Ey Bagage. Komm her. Du Feige. So, der ist erledigt. Der nächste wäre nicht schlecht. Komm da her. Wow, mit dem Hammer, ne? Das ist ein Hammer. Haha, der war schlecht. So, schneller saufen. Passt. Passt, der ist erledigt. Und der letzte noch. Oder einer der letzten. So. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur looten. Yeah. So. Da fehlen aber noch ein paar, sehe ich gerade. Da fehlen noch ein paar. Es wurscht wie speichern. Boah, nicht schlecht. So. Jetzt kann sie nur besser werden. Ne. So, da oben sind jetzt zwei Hampelmänner. Vielleicht kann ich einen herlocken. Warte mal, warte mal. Tuck. Richtig hohl. Tuck. Hey, Freund, komm her. Der ergreift nicht die Flucht, ne? Was kann ich glauben? Ja, fein. Gott sei Dank, kommst du her. Wie viele sind es? Eins, zwei, ich glaube drei, ne? Vier. Gott sei Dank. Super. Oh Gott. Au. Vorhin gefallen hat er noch. Ich brenne, ich brenne. Da ist er. Boah. Komm, mach ihn hin. Okay. Keine Energie mehr. Ich muss weg. Hallo. Nicht umfallen. Du musst weg. Halt und flieg weg. Arschloch. Dreckiges. Faceball. Naja. Dann halt nochmal. So. Arschloch. Echt. Arschloch. Kann man nicht anders sein. Da. Wieder weg. So. Diesmal renne ich aber gleich zurück. Komplett. So. Aber nicht kommt unser kleiner Flächhaini mit. Jawohl. Passt. So ist schon besser. Jawohl. Kommt er. So. Du Watschgang. So. Jeder Kauz. So muss das ausschauen. Na. Jetzt liegst du in den Dreck. Musst du hinkehrst. So. Nochmal speichern. Immer schön ein nach dem anderen. Dann wird schwer. So. Nächster. Ah. Da kommt Bäscher. Vielleicht kein Tastung. Au. Das wurde nicht. Ihr wollt eigentlich nur anschießen. Oder schießt mich weg. Lauf. Lauf einfach. Lauf. Begleiter können eins am perfektesten. Immer im Weg stehen. Das könnt ihr am allerbesten. Aber sowas von ihm wegstehen. Hey. Kommst her. Jetzt lässt er sie abballern. Ja. Jetzt haben sie mich entdeckt. Glaube ich. Oder? Ah. Da kommt er. Kommen Sie schon. Zwei sind dann doch zu viel. Boah. Pff. Das ist jetzt wie ein hartes Stück Arbeit. Zwei sind echt zu viel. Wo ist der Alter? Gnippel. Gnippel. Ah. Ich bin getroffen. Dauert halt drei Stunden. Aber ist ja wurscht. Wieder im Auge. Was? Wie? Alter. Hey. Oi. Von wo schießt denn der? Ja. Sieh. Dreimal. Viermal. Kein Problem. Prost. Wunder damit. Von wo schießt der Watschka? Unglaublich. Wie wenigstens denn da drüben ausknipsen kann? Wo ist er hin? Weicht er aus, Sano. Alter. Weitere ich glück. Und er kommt alleine? Na. Oh, der ist hin. Irgendwie. Sind die immer noch zudreht? Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Vor allem alle drei will ich gerne pullen. Und den Arsch rein schossen. So kehrt sich das. Boah, boah, boah. So. Einer. Einer. Zwei. Wenn wir Glück haben, kann man den vorher umhauen. Wow. Ja, das war jetzt super. Jawohl. Und der nächste. Das normale Schaum. Wow. Ja, das kommt davon, wenn du die... Die nächsten zwei, habe ich gesagt. Aha. Ja, das kommt davon, wenn du um die Ecken schaust, ne? Kriegst du nur auf die Gauche. Boah. Boah. Und was saufen. Ganz schnell. Waffe wechseln. Boah. Ja, das war jetzt wieder super, ne? Haben sie jetzt die Kampfmaschine auch gepullt? Das wäre natürlich jetzt mega scheiße. Na, die sind wieder zu dritt, das ist das Problem. Warum sind die noch immer zu dritt? Die vermehren, die sich nebenbei. Scheißgegner, echt. Ja. Super. Ja, ja. Dann habe ich fliegen sehen und nichts mehr gemacht. Wieso habe ich keinen Flammenwerfer mehr? Haben schon, doch keine Munition. War der jetzt schon am Verrecken? Alter, ich kann mit Nahkampf halt auch nichts ausrichten, ne? Die bringen mich einfach rum. Oh je, Madonna. Eine Handgranate hätte ich noch. Vielleicht. Ich meine, platzieren wir die Sehne nicht richtig. Oh Gott, das. Warum? Arschloch. Echt? Ach, das. Ach, schlochlegende. Und? Die habe ich. Und glaube ich Sie sind halt immer zu dritt Jetzt ist er wieder hinterchrom Chrony Ist ja gerne mal Chrony, weiß er warum Panik Das ist scheiße, jetzt will ich gerade von hinten Niederschlagen, Gettner War immer verreckt Immer verreckt Ich habe auch nichts mehr zum Saufen Ach, das ist ätzend Das ist richtig scheiße Oh Oh Boah, das gemeine ist auch, die sehen mich, bevor ich sie sehe, ne? Es haut hinten und vorne nicht hin. Keine Chance. Wenn der feige Dudel wenigstens einzeln kommen wird, verstehst du? Der Part ist auch zu Ende. Das ist echt mühselig. Eins, zwei, drei noch, wie immer, ne? Das ist halt echt scheißlich. Kannst du nochmal schießen? Geht nicht. Der rennt immer weg. Blöd sind die Gänge halt auch nicht. Schade. Wäre schön, wenn sie blöd wären. Wo ist jetzt der Fette hin? Ja, ja. Na, das kannst du vergessen. Lassen wir es gut sein. Der Versuch war für den Arsch. Na, passt. Dann bringen wir es in der nächsten Aufnahmesession diese drei Deppen zu besiegen. Naja, gut. Versuch, was wird. Also, bis dahin dann. Na? Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, nachdem ihr das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.